Ja! Da ist ja ganz schön was runterkommen... Habt's re-action Das weiß auch so was geht ja Aderson hat noch drei andere. Ja, ich dachte, das ist hoch aus. Träger außen rum, ne? Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Alter! Ja, Arvin schon. Arvin, bist du da? Ich hab mich auch runtergekommen. So, weg, 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 weg! Oh nein! Ich rest dich wieder. Sehr gut. Der Slow, der kommt nicht mehr. Ja? Ey, wollt ihr mich verarschen, oder was? So, jetzt! Ne, 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 ne? Immer noch hat keiner den Auftrag angenommen. Das war jetzt eine schöne Eröffnung. Und? Ja, du warst nicht dabei. Du kannst sagen, ich war dabei. War rechts von uns, Fein? Ist dabei sein, ist alles. War rechts von uns, Fein? Auf den Hausüber, um Gottes Willen. Siehst du los? Oh ja, von unten kommen welche Kuschel. Sehr schön. Ab 1. Wo schießt du hin? Ich bringe erstmal Wappen rein. Durch die Plattenkiste trocken? Es sind zu viele, ich hab schon wieder einen. Das ist schön. Ja, Plattenkiste ist cool, danke. Außen neben uns und hochhaus sind welche. Und Garage, glaub ich, auch noch vor uns, die keine. Der hat sich wiedergeholt, Abschluss wurde noch nicht bestätigt. Pushen. Ah, hier liegt der. Ja, der hat Zelt gehabt. Ja. So hochhaus müssen wir. Ich glaub, die waren noch nicht mal um. Unten ist auf jeden Fall überall die Türn auf. Sehr schön. Granate. Granate bei uns. Oh, Granate. Haben wir jetzt her. So. Der hat ja die von oben irgendwie runtergeworfen. Der wollte die einfach nur wegwerfen wahrscheinlich. So ist die Frage, hochgehen oder nicht? So scheint man nicht von der Seilbahn hier. Schlechtes Gefühl. Ich fühle mich zum Haus. Oh, da fliegt der runter. Der ist runtergeflogen. Da gehe ich hoch und muss das Seilbahn. Der Feind nähert sich. Hast du einer? Ich weiß nicht, wie viele es waren deshalb. Einer ist nach oben, der springt jetzt aber auch gleich runter. Nee, ist das K.O.? Ja, kommt noch einer runter. Der hat den gerade gekauft. Ziele aktualisiert. Weigner zum nächsten Standort. Team ausgelischt. Im roten Haus ist das nächste Team. Rückkehr nach. Unser Auftritt ist die andere Richtung. Naja, das ist nicht so wild. Vier Minuten für das Team. Das geht sicher aus. Da hat gerade einer rausgepeakt auf der rechten Seite. Hat mich gesehen, glaube ich. Haltet nach Feinden eine Ausschau. Hier ist einiges an Munition. Ah ja. Er ist slow, der hat gar nichts mehr. Ja, ja. Na gut, dann lass Richtung Auftrag laufen. Von mehr genug von dort, ne? Oh, von hinten. Da ganz oben drauf. Kontakt! Oh, jetzt. Zum Auftrag? Jo. Ja. Das Laufen. Komm. Zwei kleine Reine. Dankeschön. Ja, beweg dich was. Sehr schön. Sehr gut. Vielleicht waren es wie die. Im roten Haus. Cash. Shopping time. Let. Jo. Muss aber zurück gehen. Dem hier. Den anderen. Den, 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 den hasse ich. Der ist hier immer weggeholt. Egal. Komm, lass erst einen anderen holen. Ghost oder? Ja. So. Wollen wir gleich den anderen noch holen. Welchen? Loading? Einen anderen Loadout? Ja. Oh, okay. Andung. Drohnen Treibstoff wird gelappt. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ja, können wir gerne machen. Ist nicht mehr weg. Das ist Center Zone. Wäre so Richtung Bahnhof, wäre sowieso Center Zone. So, der kannst du meinen Loadout mitnehmen. Lass sich alles bisher, wenn ich sterbe. Ich meine noch mal dran. Das sind Center Zones, das passt. Zum nächsten Gebiet vorrücken und den Bereich sicher. Finish. Aufklärungsdaten gesichert. Gut gemacht. Aufs Dach rauf, oder? High Ground? Und dann nicht noch ein Auftrag irgendwas machen? Das ist ja schon cool. Aber was ist in der Nähe? Krone. Hm. Boneyard. Krone? Was willst du in der Krone? Boneyard. Kroneard, ja. Es geht sowieso in die Richtung. Also, es wäre passend. Stimmt. Jo. Komm, lass Kroneard laufen. Sollen wir noch shoppen gehen? Dann shoppen. Dann shoppen wir noch mal. Jo. Jo. Ich kaufe zwei Drohne. Das ist schön. Brauche ich noch ein Brezi. Hier liegt noch eine Drohne. Ich schaffe noch eine Drohne. Ja. Eine auslösen. Da. Ich würde erst den Bounty annehmen. Geziehen weiter. Er ist den Bounty angenommen. Bounty annehmen. Auf gehts. Da steht es noch ein Heli. Ja, oder? Verdächtig. Ja. Da wurde ein Team gerade ausgelöscht. Ja. Da wurde gerade jemand gekauft. Ne. Wir haben... Wir haben gekauft. Das ist genau die falsche Richter. Äh. Komm. Lass ihn bauen. Ja. Ja. Das ist genau die falsche Richter. Ja. Der ist außerhalb. Der ist bei den Hills hinten. Wieso ist der denn so weit weg, der Bounty? Warum stehst du? Helikopter links. Ich muss den Heli treffen. Der läuft außen oder fährt weg. Beim Heli sind die anderen jetzt halt. Da müssen wir einen abnehmen. Bounty ein 3er Team. Du wirst ein bisschen schneller. Ja, ich darf die Seite zu loopen. Die Drohung wird höher. Ja. Schüsse auf mich. Ach, kackt. Beim Shop. Auf dem Dach einer. Einer beim Shop unten. Oh, was? Ich komm runter. Lass mich runterkommen. Lass mich runterkommen. Ui, euer Hulag. Ach nee. Aber wenn du verlierst. War's das denn? Ach, Hits. Jo, da hat ne Rp. Kiefer. Robin. Zone kommt. Achtung. Das hast du dir verdient. Das hast du dir verdient. Das hast du dir verdient. War noch kein Team weit. Verwöhnte Drohne ist in der Luft. Radarsuche mit... Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird's markiert. Und meine Platten sind leer. Ja, ich geb dir. Bewegung. Ball bei Haus. Ball bei Haus. Ball bei Haus. Einer. Hinter Ecke. Hinter Ecke. Hier Haus. Hinter Ecke. Hier. Jetzt markiert. 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 Zweites Team. Hinter, 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 hinter. Links neu. Noch eine Bewegung. Ah, hinter uns noch. Ja. Und von vorne auch noch. Und von hier auch noch. Ich hab von drei Seiten gekriegt. Ja. Neuer Gulag. Gefoltert. Ich geb ihm Lowdown runter. Was sind neun? Was sind Gulag und neun gesehen? Echt noch nicht. Ne, ne. Ich hab ja bisher noch nicht, äh, normales Material gespielt. Ich auch nicht. Wenn man diesen Modus. Ich find den alten besser. Das ist aber schon gut gemacht hier, der Gulag. Das geilste. Das, 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 was mir gut gefällt, ist der E-Stuhl, wo du drauf wickst, am Anfang. Der ist zu groß für meinen Geschmack auch. Ja, ist klar. Ja. Läuft in die Claymore und dann hält er noch einen Schuss aus. Der ist gar nicht mehr angekommen, der Schuss, obwohl ich einen Hitmarker hatte. Na geil. Das ist das Problem mit den Servern. Das ist aber auch, dass du was willst. Der ist, der, der, der ist jetzt durch meine Claymore gelaufen, hat, hat noch einen Hitmarker von meiner, ich hab den Hitmarker gesehen, von der Pumpgun, der hätte eigentlich tot sein. Ja, genau. Das bekommst du mir auch. Aber in der Wiederholung hat er keinen Hit mehr bekommen, nach der Claymore. Richtung Borneo, da gibt's noch ein paar Aufträge. Ja, ich hab die Bewegung. Geil. Bewegung vor mir. Könnte ich mir noch holen. Vielleicht hat der Cash. Yes. Der hat vielleicht Cash bekommen. Sniper auf uns, Sniper auf uns, Sniper auf uns. Weg, 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 weg. Markiert. Nächster Shop. Hier hinten. Vielleicht finden wir noch Cash. Wir werden noch eine Kiste. Wer hältst deine Ausrichtungslieferung? Da ist noch Cash, da bist du dran vorbeigelaufen an der Tür. So, wir können gleich zum Shop den holen. Ja. Wir müssen. Und dann Richtung Loli. Ja, genau. Ah, vor uns zum Auto. Ja, lassen fahren. Ja, lassen fahren. Weiter. 18 Sekunden noch. Yes, Sir. Alter, ist noch ne Idee. Geht sich aus, geht sich aus, geht sich aus. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Cash, Cash, Cash. Schnapp. Komm weiter. In the zone, in the zone. Ich hab fast keine. Schluss mehr. Ich kann nicht Sturmgewehr Munition geben, aber Sniper bräuchte selber. Sniper hab ich für dich. Sniper hab ich für dich. Sniper. Danke. Ja, war klar. Dass hier einer direkt an der Scheißkitzel steht. Okay, okay, okay. Sieht so aus. Neue Taktik. Helikopter uns. Dann klemmt einer den Lodot ab. Hier kommt Fallschirm. Kommt hier runter. Der ist aber alleine. Oh ja, noch ein Auto. Wo schließt du hin? Ach, sehr low, sehr low, sehr low, sehr low. Der ist low. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Weiterlaufen, weiterlaufen. Beste. Gasmaske. Rechts vorne, Schüsse auf mich. Ja, von vorne auch noch. Ja, von vorne auch auf mich. Ich komm näher. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Ja, ja. So, nachgeladen, bin bereit. Ich glaub, ich möchte links an der Mauer nach vorne reduzieren. Oh. Ja, da oben ist einer drin. Ja. Ist egal. Wir müssen hier zur Mauer nach vorne. Der Sniper hat mich... Kannst du noch vorne sprinten? Oh, der kommt runter. Ist egal. Ich hab ein Polkettenwerfer, er kann euch... Ach, schade. Ein bisschen hätte ich noch gebraucht. So, wir warten auch, wir warten auch. Jetzt, weiter. Oh, was lasert der denn so? Weiter, weiter, weiter an der Mauer. Der legt auf. Wir warten. Sehr schön, die sind alle beschäftigt. Schauen wir mal, was die Sonne tut. Ja. Wir lassen die Sonne kommen. Das ist so ein Camper, der will wirklich warten. Wir bleiben hier, wir bleiben. Der ist alle tot und kommt anders runter. Jetzt freuen wir uns. Wir bleiben hier, wir warten. Bis die Sonne herkommt. Das Gas nähert sich dir. Das ist ein Rennen, sollen wir zum Waggon dahinten? Ne, bleib erstmal da und dann zu den Sandhaufen. Zu den beiden. Ja, ja. Der ist voll in Sack und der Zone und keiner ist hinter euch. Genau. Gewesen. Hinter uns. Ob der noch Platten hat? Ja. Braucht die eigentlich. Gasmeister. Links von uns einer noch. Bitte danke. Sehr schön. Na, Klasse, Achtung. LKW drinne. Musst mir kurz Panzerplatten können und nachmachen. Ey, der Heli. Acht mal auf den. Achtung. Mit der RPG, wenn der nahe ist. Der ist immer noch da ganz hoch. Wir haben die Tür ab. Nicht. Oh, von hinten noch. Sandhaufen. Sandhaufen. Steht nach links. Noch einer? Ja, er ist in der Zone, er ist in der Zone, der gibt auch eine Schaden. Nein! Von mir war's? So, der letzte ist ein Heli. Jaja, komm, mach zu. Du hast eine RPG, der kann nichts tun. Schieß einfach auf, ja. Springt raus. Boah, der ist tot. Der ist tot. Komm. Yes, Sir. Sauber. Check. Coole Sache. Wie diese Runde bin ich noch nicht auf den Arsch gelegt, ne. Ja, du warst heute sehr viel am Boden. Das sind wir nicht gewohnt von dir. Bitte mal, hilfst du mir immer. Sehr schön. 14 Kills. Zwei Kills, das geht noch besser. Drei Kills. Ich hab euch alle gestohlen, okay. Meine Schuld. Tut mir leid. Ja, das ist besser. � nh tolle jesgas. Ja, naja, da war das andere. Wer das gefiltert ist. Es gehtörbar auf dein Festival. Es geht derived aus. Äh. Bis zum nächsten Mal.